So, da sind wir wieder mal zur neuen Aids of Spades. Und nach etwa einer Woche, wo ich nichts mehr hochgeladen habe, liegt daran, ich hätte mit dem eitrigen Mandeln zu tun und das Problem an sich habe ich immer noch. Ob ich halt in den Himmel wieder mal huste. Also jetzt müssen wir mal gucken, wir brauchen erstmal einen Server mit. So, und soviel ich mitgekriegt habe, gab es jetzt letzter Zeit Updates. Was, ähm, da jeder, ähm, klasse neue Sachen gibt. Ähm, wirklich, meine, die grünen, die sehen einfach schwach aus. So, und da gibt es hier zum Beispiel die, ähm, dreiläufige RPG. Und, ähm, hier ist so eine Art Eisbill oder so. Antipersonengranate, okay. So, und da gibt es halt bei jeder Klasse zum Beispiel, hier gab es jetzt auch noch eine dazu, da gibt es hier ein Messer dazu und... Die haben zum Beispiel noch einen Späden dazu gekriegt, ein Segel-Raketen-Rocksack. Und, die hatten, glaube ich, die Schrotflinte schon gehabt an sich und dann, glaube ich, diesen Spisshack dazu gekriegt, aber ich nehme, wie immer, den, der hat noch Haare dazu. Und, die sind dann, glaube ich, die Schrotflinte schon. Hm, schauen wir mal, wo jetzt die blauen sind. Ah, hier ist ein Kröner. So, schauen wir mal, vielleicht ist halt der Zettrick auch noch dabei. Aber, der hat durch die Schule und so an sich sehr wenig Zeit gerade eben und, äh, ich muss ein bisschen mit der Stimme aufpassen, nicht so an sich schon und, ja. Zeit, muss ich mal ne Kurzrunde hier, eigentlich das aufs Bild ist in dem Fall. Ich mach dann nochmal in der Komplett-20er. Ich brauche ne Schaufel eigentlich, das ist so komisch, wir haben hier die Schaufel durchgegenommen. Ich brauche nicht. also es sieht so aus als wenn die grünen gewinnen doch echt keine blauen zu finden sollte ich da drüben ist er verdammt scheint dort oben so 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 Ach man, verdammter Hmm Hmm... so 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 Das ist richtig fies bei den Feagern hier. Ich geh schon mal wieder hin. Ich bin nicht mehr so gut. Dann bin ich nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut. Verdammt. Verdammt. hm 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 lunabes okay let's see them survive hm 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 Das ist so schön. Okay. Geh! 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 Das war's für heute. 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 Hmm... Up and away! Hey! 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 Ich habe das Gefühl, dass ich ihn nicht erwartet habe. Hm. Was ist das? Was ist das? Mann, verdammt Mann, verdammt Mann, verdammt Mann, verdammt Mann, verdammt Ja, wir holen XV noch mal wieder Ich laufe hier Oh dieser Sack eh Drei Treffer immerhin So ich mach das mal nicht mit Und wir sehen uns wieder mal im nächsten Part, wenn meine Stimme wesentlich besser klingt